802 bis 804, das ist immer die Nummer, die erste Nummer, die in dem Volksentscheid, nein, die in der Infobox unter jeder Sendung steht, natürlich, ja. Übrigens hier unten rechts an dem runden Ding immer schneller drehen, auf mindestens 1,5-fache Geschwindigkeit. Ja, also, ab 802, 3 und 4 sind also die Nummern der Talkshow mit dem, der großen Talkshow mit dem Parteivorstand, die Basis Österreich. Unser Ziel ist also jetzt als nextscientistsforfuture.de diese Partei gleich im ersten Anlauf ins Parlament zu bringen, ja. Und das ist hier die erste Nachlese nochmal von dieser Talkshow. Die Grundidee ist ja, super Partei plus super Experten und genau genommen auch noch plus super Reformen ist 56% der Wählerstimmen. Und von diesem Potenzial von 56% muss man ja froh sein, wenn man bei der ersten Wahl gerade so eben ins Parlament kommt. Erst ab dann wird man bekannter und dann werden erst die 56% realisierbar, sozusagen, ja. Ja, und Sie sehen es, das ist ein offener Brief an, es wurde ein bisschen geändert, nur noch die Nachnamen an Bakti, Schiffmann, Sieber, Füllmich, die beiden Kanzler, Kurz und Merkel, Köhnlein, Köhnlein, Reuter Rosen, Martin Schwab, nicht der andere Schwab, mit dem haben wir nichts zu tun, Fischer, Sönnigsen, Kämmerer, Heinz, Gries, Brisson, Sattelmeier und so weiter. Ja, Ruppert ist, glaube ich, eher noch zu nennen, aber der passt jetzt nicht mehr in die Zeilen rein. Also telefoniert habe ich mit Baktis Frau lange, mit Herrn Sieber lange, mit Füllmich hatte ich ja die Sendung zusammen, mit Herrn Köhnlein habe ich lange telefoniert, mit Eva Rosen, Martin Schwab telefoniert und er war in einer Talkshow mit mir und hat von uns was mitgekriegt. Mit Viviane Fischer hatte ich ja lange getalkt und im Corona-Ausschuss natürlich auch gesprochen, lange. Und natürlich auch mit Dr. Wolfgang Wodak, aber der spielt ja jetzt in den Parteien keine Rolle, weil der ja wohl noch SPD-Mitglied ist. Mit Professor Sönnigsen habe ich lange telefoniert, gute Gespräche mit Professor Kämmerer und mit den restlichen noch nicht, auch mit Ruppert noch nicht. Und ja, versuche ich auch im Moment nicht, denn im Moment sieht es so aus, als ob die Basis Österreich die ist, die wir, wo wir sozusagen exklusiv bereit sein werden, die Reformen auch für die Partei dann umzusetzen, wenn sie im Parlament ist sozusagen, wenn schon Koalitionen gebildet werden und so weiter und wir 2020.de in Deutschland, denn die hatten ja mit uns sogar schon Talkshows gemacht, wo sozusagen drei externe Experten sich scharf gegenseitig kritisieren konnten, damit die Partei lernt zu verstehen, was das Beste ist. Und unser neues Konzept lautet ja jetzt sozusagen, also nochmal hier der Unterschied, wir 2020.de meine ich und nicht EU. Denn EU ist für uns erledigt, denn die zwei Gerichtsurteile waren aus meiner Sicht ja eindeutig, dass es sich um eine illegale, rechtswidrige Pseudo-Parteifraktion handelt oder Abspaltung handelt, die gar nicht existent ist, juristisch jedenfalls nicht existent ist. Und da laufen ja jetzt wohl die Prozesse, dass das wir 2020 EU alles endgültig verschwindet und auch die entsprechenden Personen dann natürlich aus der Partei ausgeschlossen werden und so weiter. Also die Familie Romberg und so weiter und all die dazugehörigen. Ja, aber das geht uns nichts an, das ist die Sache von wir2020.de, ja dafür Ordnung zu sorgen. Ich hoffe nur, dass Ihnen das gelingt und dass wir dann unsere gute Zusammenarbeit weiter fortsetzen können. Ja, dann ganz wichtig ist, ich hoffe Sie haben schneller gedreht, ich muss jetzt nochmal wieder ein bisschen langsamer reden, ganz wichtig ist, dass wir, dass ich in der Talkshow vielleicht einen kleinen Fehler gemacht habe. Ich habe eigentlich so getan, als wäre die Machtbegrenzungskette bestünde, die aus sechs Ketten gliedern, aber wir sollten uns wieder auf fünf reduzieren. Und mein Vorschlag ist auch, dass wir uns vielleicht auf maximal sechs Vorschläge konzentrieren könnten und dass sich jede Partei einen Würfel anschafft. Das heißt, wie gestaltet, also das heißt, das erste Glied der Kette, also auf der Homepage jeder Partei sollte also genau das hier zu sehen sein, in ähnlicher Form natürlich schöner aufbereitet, nämlich das hier. Das heißt, hier maximal sechs Vorschläge nebeneinander. Die Vorschläge oben ohne Benennung der Urheberschaft, woher die Vorschläge kommen, ja. Damit die Wähler erst einmal davon nicht abgelenkt werden, sozusagen, sondern sich wirklich erst einmal nur um die Inhalte und die Argumente kümmern, ja. Und warum sechs? Weil mit einem Würfel denn die Position, also das muss man dann in den Parteien so machen, zum Beispiel der Vorschlag von den Next Scientists for Future, da wird gewürfelt und wenn der Würfel die Zahl drei hat, dann bekommt das automatisch hier an die dritte Stelle. Oder wenn er die Zahl eins hat, dann an die erste Stelle, wo er hier ja steht, sozusagen, ja. Das heißt, wir können mit sechs Vorschlagsalternativen überfordern wir die Wähler nicht. Hier haben wir nur fünf, aber und können mit einem Würfel die Position in jedem Reformbereich bestimmen. Hier oben steht immer der Reformbereich oder das Reformthema oder die Reform, ja. Und ich zeige mal die anderen. Hier zum Beispiel haben wir jetzt nur drei und der Reformbereich ist Presse, Radio, Fernsehen Reform, sozusagen. Also Medienreform im weitesten Sinne. Und hier Gesundheitsreform, ja. Und hier auch nur drei. Und das könnte man bis zu sechs ausweiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Vorschläge mit einem Würfel ganz praktisch auswürfeln, damit die Position nicht nach Belieben gemacht wird, sondern nach Würfelzufall, ja. Und die Qualität dieser Seiten, also quasi die Qualität, wie gut die Qualität dieser Vorschläge ist, das entscheidet darüber, ob in Zukunft eine Partei gewählt wird oder nicht gewählt wird. Wenn hier lauter tolle Vorschläge von Experten aus aller Welt, aber auch gerne parteiinternen Experten, aufgeführt sind und wirklich auch die Vorschläge so aufgeführt sind, dass nur die zunächst einmal sich grundsätzlich voneinander unterscheidenden Vorschläge, zum Beispiel hier Gesundheitsreform, Gesundheitswesen mit Leistungsmessung, Gesundheitswesen ohne Messung der Gesundheitsförderungswirkung und Krankheitsverhinderungswirkung. Das sind so zentrale Unterschiede. Das muss man in getrennte Vorschläge aufspalten und dann die Wähler konsensieren lassen. Und wenn sie sich dann für einen von sechs oder, man kann ja auch einen von fünf machen, hier einen von fünf oder sechs entschieden haben, dann kann man den ja nochmal auf fünf bis sechs aufsplittern und dann die Wähler noch einmal nachkonsensieren lassen beim nächsten Volksentscheid, so dass man dann wirklich eine endgültige Entscheidung von Seiten der Wähler hat. WählerInnen hat, wie auch immer. So, und wo kommt jetzt der Name der Quelle her? Ja, wenn es irgendwelche Gründe gibt, weil es sich um, was weiß ich, bei der Quelle um eine, ja, zum Beispiel um eine rechts- oder linksradikale Organisation handelt oder eine, die damit beschmutzt wird und so weiter und auch alle damit einverstanden sind, dass man den Vorschlag auch ohne Namen und ohne Nennung der Urheberschaft sozusagen auflisten darf, dann steht hier unten quasi keine Urheberschaft. Ansonsten würde hier zum Beispiel unten stehen, nextscientistsforfuture.de und hier, da würde das stehen, würde also immer die Urheberschaft eingetragen. Außer bei denen, die zustimmen, dass ihr Vorschlag auch verwendet wird, ohne Nennung der Urheberschaft sozusagen. Denn, wie gesagt, wenn, wenn eine Organisation eben in der Öffentlichkeit besonders, ja, besonders schlecht gemacht wird, dann ist es vielleicht nicht so toll, wenn dann diese Urheberschaft hier mit auftaucht. Obwohl das an sich ja ein Zeichen von offener Basisdemokratie wäre. Aber gut, man muss versuchen, möglichst immer die Urheberschaft einzutragen, aber wenn es halt mal irgendwie nicht so geht und wenn es möglich ist, dass man den Vorschlag verwenden darf, auch ohne die Urheberschaft anzugeben, dann kann man das ja machen sozusagen, ja. So, und so hat man dann auf der Homepage mit einer Bilderserie quasi und das, ich zeige jetzt hier nur drei Bilder, aber es müssten natürlich 20, 30 sein, dieser Art, damit eine gesamte Gesellschaft und alle Reformen abgedeckt sind, ja. So, mit 20, 30 Bildern auf der Homepage und da können dann die Parteimitglieder und die Wählerinnen mit dran arbeiten und können Vorschläge einbringen zum Einarbeiten in diese Dinge. Denn hier, Sie sehen es ja, hier ist ja noch Platz für drei Vorschläge und hier auch noch Platz für drei Vorschläge, ja. Also da, und hier ist noch Platz für einen Vorschlag maximal, wenn man bei dem Würfel bleibt, ja. Ja, so, also ganz praktisch, so sollte es gemacht werden, ja. Also das als Nachtrag zur Talkshow und Nachlesung. Dann haben wir, was, ich muss das mal lesen hier gerade, was steht hier noch? Ja. Und dann müsste da unten noch stehen, da unten hier. Ich zeige es mal hier, weil das Bild nicht so schön ist dafür. Hier unten, ach so, das ist auch nicht so toll dafür. Presse, Radio, Fernsehen, was ist das jetzt? Vielleicht ist das besser? Nee, es sind alle nicht schön dafür. Na gut, dann gehe ich wieder zurück. Dann denken wir uns das also. Hier steht also zum Beispiel Next Scientist for Future und dann steht hier, und das ist nämlich ganz zentral, steht unserer Partei bei der Reformdurchführung in Klammer, Klammer auf, nicht, Klammer zu, zur Verfügung. Also, denn das ist ja für die Wähler ganz ausschlaggebend. Was nützt den Wählern ein toller Vorschlag? Wenn, und wenn sie dann die Partei wählen würden, ständen die Experten, die dann diesen Vorschlag umsetzen müssten, weil nur sie das kompetent können, die würden gar nicht zur Verfügung stehen, weil sie sich einer anderen Partei verpflichtet haben, als Experten zu dienen, und zwar exklusiv oder so, ja. Dann würde zum Beispiel hier bei der Basis Österreich und bei wir2020.de stehen, ja, Next Scientist for Future, stehen uns bei der Reformdurchführung in den Ministerien zur Verfügung. Und das ist dann für die Wähler das entscheidende Kriterium. Will ich am Ende beim Volksentscheid dieses hier konsensieren oder das hier oder das hier oder das hier, dann muss ich ja dann gucken, wenn, nehmen wir mal an, eine Wählerin entscheidet sich dafür, sie möchte gern den Next Scientist for Future-Vorschlag konsensieren beim Volksentscheid. Und möchte dann auch, dass er auch umgesetzt wird, und zwar kompetent in den Ministerien umgesetzt wird, dann werden natürlich die Wähler darauf achten, ob da unten steht, stehen uns bei der Reformdurchführung unserer Partei, stehen unsere Partei bei der Reformdurchführung zur Verfügung. Ja, und das ist dann entscheidend, weil dann die Wählerinnen sagen, ja, die Partei wähle ich erstens, denn die hat eine Partnerschaft mit diesen Top-Tops-Experten Next Scientist for Future und die anderen Parteien kann ich nicht wählen, weil die haben das zwar auch in ihrem Volksentscheid-Wahlprogramm drinstehen, aber die haben keine Zusage für die Durchführung der Reformen, für die kompetente Durchführung der Reformen, also muss ich von einer inkompetenten Anwendung oder dieser Reform ausgehen. Und was inkompetente Anwender so alles fabrizieren können, haben wir ja am Beispiel der letzten 40 Jahre an inkompetenten Gesundheitsreformen gesehen, die also auch noch alle technisch sehr, sehr schlecht gemacht waren. Ja, also noch einmal, die Wählerinnen werden diejenigen Parteien nicht wählen, wo zum Beispiel die Next Scientist for Future nicht als Reformdurchführende zur Verfügung stehen. Das ist doch noch einmal ganz wichtig, noch einmal zu sagen. So, und dann haben wir als nächstes, ja, ich habe in der Sendung, ging es um Stuhlwechsel, wo ich dann mal drei Gesundheitsreformen hier, also nicht diese drei, aber drei andere Gesundheitsreformen dargestellt habe, und natürlich unsere, angedeutet habe. Und dann hier, ja doch, den habe ich angedeutet, das ist der anthroposophische, hier Quelle Anthroposophie, müsste man schreiben. Und dann hier so, da müsste man eigentlich, oder hier als Viertes müsste man dann das staatliche Gesundheitswesen in öffentlicher Hand, zum Beispiel vorgeschlagen von Ökonomie von Männkeit, reintragen, auch ohne Leistungsmessung wieder, ja. Und diese Sachen, das, was ich mit dem Stuhlwechsel demonstriert habe, kann man auch durch Referate machen. Und dann können ja quasi die Referate, die Referatemacher, statt ein Referat zu halten, kann man auch sich auf den Stuhl setzen und dann sagen, ich bin jetzt Professor Hans-Werner Sinn und erzähle Ihnen jetzt, warum Mindestlöhne verkehrt sind. Und auch, dann kann man diskutieren über Tariflöhne, ob die nicht genauso verkehrt sind, ob nicht alle Art von Mindestlöhnen, denn Tariflöhne sind ja Mindestlöhne, ja. Sind ja keine Maximallöhne, sondern sind Mindestlöhne. Also, warum alle Mindestlöhne absolut schädlich sind, weil sie nämlich Massenarbeitslosigkeit erzeugen und warum Mindestlöhne quasi ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten sind, weil sie zu Massenarbeitslosen führen und damit zu unheimlich viel Kundschaft und Karrieremöglichkeiten für die Sozialsparten. Und dass jeder, der glaubt, Mindestlöhne seien soziale Politik, obwohl sie faktisch antisoziale Politik und asoziale Politik sind, sozusagen, ja, der ist halt, jeder, der das glaubt, der ist halt reingefallen und ist manipuliert worden durch diesen vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten. Ja, soziale Politik ist, was Arbeit schafft und für Nullarbeitslosigkeit sorgt, ja. Und das ist jedenfalls mal meine Meinung dazu im Moment vorläufig, ja. Bis auf weitere Diskussionen. Ja, und dann wurde noch angesprochen, kann man denn die Wohlfühlstimme nicht auch zu Hause abgeben, sondern braucht man dafür die Bankterminals oder die kleinen Supermarktterminals oder die Restaurantterminals. Ja, es ist folgendermaßen, wenn Sie zu Hause, man könnte ja das machen, dass jeder zu Hause einen, so wie Online-Banking ja auch von zu Hause funktioniert, ohne dass das Geld da verloren geht. Also da gibt es offensichtlich eine zuverlässige Datenübertragung. Und wenn das doch beim Online-Banking klappt, dann könnte man das doch auch eine entsprechende Leitung, Hotline zum Bundeswahlleiter herstellen, sodass man dann seine Wohlfühlstimme abgeben kann. Ja, ich weiß nicht, wie man das dann technisch macht, ob die erst mal an die Landeswahlleiter geht und von den Landeswahlleitern dann wieder an den Bundeswahlleiter oder so. Oder ob wir generell das bei den Landeswahlleitern belassen. Das sind alles technische Fragen. Das kann man dann in den Ministerien besprechen, wenn es so weit ist. Aber ja, ist gut denkbar, wenn doch Online-Banking zu Hause auch sicher klappt. Also das Entscheidende ist doch, die Bankautomaten, die scheinen ja sicher mit Geld umgehen zu können. Dann können die auch mit Wohlfühlstimmen zuverlässig umgehen und die Daten übermitteln. Und genauso, die Supermärkte gehen ja auch mit Bankkarten zuverlässig um, also mit Bezahlungsvorgängen. Und die Restaurants oft auch. Also könnte man dort überall zusätzliche Terminals haben, für die, für alle die Leute, die zu Hause kein Online-Banking-ähnliches Gerät haben, also keinen Computer haben oder kein Gerät haben, mit dem man das machen könnte. Also sollte man beides haben. Also öffentlich zugängliche Terminals von den Wahlleitern, von den Landeswahlleitern, Bundeswahlleitern und so weiter. und sozusagen letztendlich zu Hause am Computer eine Möglichkeit. Warum nicht? Wenn das dann geht, zum Beispiel ich mache Online-Banking mit so einem kleinen Gerät und mit der Bankkarte und wenn wir dann alle sozusagen mit unserer Krankenversicherungseinkaufskarte dann auch die Wohlfühlstimme übermitteln können an die Wahlleiter. Ja, dann können wir das auch machen. Also, das war's wohl. Also, liebe, liebe wir2020.de und die Basis Österreich. Hoffe, vielleicht kommt ja bald noch ins Rennen hinein, die Basis Deutschland, aber die hinkt bis jetzt ein bisschen hinten dran. Ja, es ist für uns auch okay, wenn wir2020.de in Deutschland das Rennen macht und mit uns kooperiert und von uns unsere 56% Potenzial bekommt. Die Zusammenarbeit war bis jetzt hervorragend. Also, ich darf nochmal wiederholen, wir haben ja ungefähr, ich weiß gar nicht wie viel, 15 Talkshows zusammen mit wir2020.de gehabt und praktiziert und das waren äußerst konstruktive Zusammenarbeitsgespräche. Also, für uns ist es auch okay, wenn wir in Deutschland mit wir2020.de zusammenarbeiten. Deswegen hoffen wir natürlich, dass dieses Gespenst wir2020.eu hoffentlich bald endgültig verschwunden sein wird. Sie können ja auch dann, die haben sich ja also, die sind durch zwei Gerichtsurteile ja am Ende und natürlich auch wegen die Verleumdungshetzschrift von Vorstandsmitgliedern uns gegenüber. Aber, ja, und deswegen, also für uns ist es auch okay, wenn wir 2020.de in Deutschland unser dann stark werdender Partner wird und hoffentlich mit die 0,8% übernimmt, die bei der ersten Wahl waren. Und hoffentlich, herzliche Einladung dazu, kommt auch noch die Basis Deutschland ins Boot der Kompetenz sozusagen, ja. Denn bis jetzt ist leider alles, was ich immer, ich höre ja alles, was es gibt. Es gab ja jetzt auch eine kleine negative Tagesschau-Sendung über die Basis Deutschland, ja. Solche Presse kann man natürlich eigentlich nicht gebrauchen, weil die war natürlich negativ gefärbt, ja. Und alles, was ich bis jetzt mitkriege, ist, dass die Basis Deutschland, das war ja auch der Grund dafür, glaube ich, warum es überhaupt Wir2020.de gab, warum nicht alle bei die Basis mitgemacht haben, sondern warum Wir2020.de entstanden waren und die Basis, weil die Basis eher nicht so sehr, also nicht sehr positiv zu kompetenten externen Experten steht, während Wir2020.de dafür ja schon von Anfang an offen war, ja. Die hatten ja sogar von dem externen Experten Economy for Mankind sogar Videos auf die Homepage von Wir2020.de gesetzt, wo sie meines Wissens jetzt aber nicht mehr sind, müsste man mal nachschauen. Ich schaue mal gerade nach. Moment. Das kann ich mal zumachen hier. Das ist die Talkshow-Situation. Das ist das tägliche Üben mit der Talkshow. Und hier, ich schaue mal nach. Hier, Live-Ticker Wahlen. Wo ist es? Hier, aus welchen Parteien? Hier, wir haben deswegen auch Wir2020 EU auch rausgestrichen, weil ja zwei Gerichte gesagt haben, das ist illegal, ja. Und dann klicken wir jetzt auf wir2020.de und jetzt gucke ich mal. Hier, wir2020.de. Die haben ja jetzt die Gerichtsprozesse gewonnen. Und hier sind jetzt die Videos im Moment nicht mehr zu sehen. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Ich kann mal gucken, ob es hier noch ein Menü gibt, wo die Videos vielleicht sind. Vorstand, der neue Bundesvorstand ist dann Herr Burkhardt, mit dem ich leider noch nicht telefoniert habe. Mit Herrn Köppel habe ich öfters telefoniert. Und Herrn Wasel habe ich auch noch nicht telefoniert. Sondern nur unsere ganze Kooperation fand im Wesentlichen mit dem Orga-Team Landesverband Hamburg statt. Und da waren die Hauptgespräche sozusagen. Schluckwasser. Ja, aber man sieht, die Videos von Economy for Mankind sind nicht mehr drin. Vielleicht liegt das auch daran, dass sozusagen Home, ja, das sieht aber nicht so schön aus, die Begrüßungsbilder hier und da doch. Vielleicht, wenn man sehe, hier klickt. Ah ja, das muss man so ein bisschen laufen lassen. Na, na, geht jetzt plötzlich nicht. Ach so, das geht automatisch. Ja, und, ja, dann mache ich das mal wieder zu hier. Dann kann ich auch das wieder zu machen. Und, ja. Und gehe wieder hier hin. Ja, das heißt also, in der Summe, das kann auch daran liegen, dass die Experten Economy for Mankind ja jetzt eine eigene Partei haben. also offensichtlich da eine Trennung stattgefunden hat. Nämlich, die haben ja jetzt die Partei Neo, von der man, denke ich, nie wieder was hören wird. Also, aber, natürlich haben wir, wir 2020.de immer so erlebt, dass sie auch Economy for Mankind noch mal so als Gegenpol zu NextScientistsForFuture.de als durch, ja, die wir dann als Gegenpol natürlich scharf kritisieren müssen, ja, weil das ein, aus unserer Sicht, Maxistoides unbrauchbares Konzept ist, Schluck Wasser. Aber ich denke, die werden die einladen. Ja, gut, also, ich habe alles gesagt. Ich hoffe, dass es mit wir2020.de munter weitergehen wird, wenn dann endlich endgültig wir 2020.eu verschwunden sein wird, hoffentlich bald. Die Fraktpartei ist noch nicht richtig zur Größe gekommen. Im Moment versteht sich ja die Basis Österreich als echte freie Argumente Kulturpartei und dadurch macht sie die Fraktpartei überflüssig und unnötig, ja. Und ich hoffe, dass die Basis Deutschland auch noch wegkommt von dieser Grundidee, dass nur proletarische Experten, also Parteimitglieder, Laien-Experten, Amateur-Experten, gute Experten sein, das hat sowas Maxistoides, Proletarier aller Länder vereinigt euch, ach, die blöden, die blöden Eliten-Experten, die mögen wir nicht und so weiter. Und während wir 2020 ja eher sagt, nee, wir brauchen die besten Experten der Welt, die Eliten-Experten brauchen wir, denn wir wollen ja schließlich die Wahlen gewinnen mit Top- Top-Reform-Konzepten, dieser Unterschied, ich hoffe, dass da die Basis Deutschland noch auch auf den Trichter kommt, dass man mit Amateur-Experten und Laien-Experten und mit anthroposophischen Experten nicht sehr weit kommen wird, möglicherweise bei der nächsten Wahl sogar wieder weit unter ein Prozent fallen wird, denn ohne Top-Experten, das ist unsere Vorhersage, wird das nichts. Also bitte zusammenarbeiten mit Next Scientists for Future, solange das noch geht, denn wir haben wir 2020.de noch keine Exklusivitäts Zusage gegeben, also noch geht das, noch sind wir offen für alles. Und ich habe ja vorhin geschildert, dass die Exklusivitäts Zusage der Top-Experten am Ende darüber entscheiden wird, ob ein Wähler sagt, naja, was nützen mir die tollen Reformvorschläge, wenn die gar nicht von den besten Experten für Reformumsetzungen in den Ministerien durchgeführt werden, weil die nur einer anderen Partei zur Verfügung stehen, dann wähle ich doch lieber gleich die andere Partei. So wird es verlaufen, denke ich. Ja, das war's, tschüssi, bis bald. Über die елен Teil 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 number Teil Teil نہیں